Moin, 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 moin. Was geht, Männer? Was geht? Servus und herzlich willkommen hier beim Drachen. Nicht Spaß. Lul. Ja, viele haben mich ja gefragt, ob ich mal eine SBC-Lösung von Medfoot rausballern kann. Und jetzt, ja, habe ich mir mal gedacht, jetzt machen wir es mal einfach. Ja, auf jeden Fall geht es heute um den guten David Villa. Ja, ja, ich werde euch jetzt erstmal nur diese ganzen Dings zeigen, diese ganzen SBCs, die ich schon habe, also wo ihr seht, dass ich sie abgeschlossen habe. Ja, auf jeden Fall fangen wir einfach direkt dann mal an. Aber zuerst noch eine kurze Anmerkung und zwar habe ich gesehen, 80% der Leute, die meine Videos schauen, haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Von dem her, wenn ihr dazugehört, macht das gerne mal und abonniert einfach meinen Kanal, lasst ein Like da und aktiviert auf ehem oder was ist die Glocke. Kuss, 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 dann verpasst ihr nichts mehr von mir. Ja, und jetzt würde ich mal direkt sagen, wir starten direkt rein mit dem guten David Villa. Jalla. Ja, so, also hier ist die erste SBC, ihr braucht elf Spanier, sechs verschiedene Kartentypen und 85 Gesamtbewertung. Ja, ich habe hier einfach mal eine Future Star Karte zum Beispiel genommen, einen Rule Breaker, eine Silber Karte, eine Inform, eine Non-Ware Karte und halt ein paar Selten-Spieler. Ja, ja, das war auf jeden Fall die erste SBC, ihr könnt es ja auch nachbauen, ihr könnt es ja auch andere Kartentypen geben, aber ich habe es jetzt erstmal so gemacht. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Sporting Gijon. Und zwar braucht ihr da einfach mal vier Spieler von Real Sporting und insgesamt braucht ihr elf zweite spanische Ligaspieler. Ja, ja, ich habe es jetzt so gemacht, ihr könnt es natürlich, wie gesagt, noch anders vielleicht bauen. I don't know. Aber so, glaube ich, ist es eigentlich am easysten. Easysten. Iiii. Ja, moin. Gut, dann bei der nächsten braucht ihr dann eine Special-Karte und vier, ja, moin, vier, elf Spieler aus der zweiten spanischen Liga mal wieder. Welche ihr nehmt, ist eigentlich scheißegal. Ja, es ist eigentlich nur wichtig, dass ihr eine Special-Karte drin habt. Ich habe hier den Info genommen, denn der ist eigentlich, glaube ich, am leichtesten zu bekommen, glaube ich. Ja, oder ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt in der zweiten spanischen Liga, aber ich habe, wie gesagt, hier den Info genommen. Und ja. So, dann kommen wir als nächstes zum FC Valencia. Ihr müsst ja eigentlich nur elf Valencia-Spiele abgeben und vier Kartentypen. Ich habe hier einmal den guten Cavani noch mitgenommen, ein paar Non-Rares. Ja, wundert euch nicht, warum ich Gaia im ZM habe. Ich hatte, glaube ich, keinen mehr, deswegen, also keinen Mittelfeldspieler mehr, deswegen habe ich einfach den hier reingetan. Und wegen einem Spieler ist es ja wurscht oder beziehungsweise wegen zwei. Ihr seht es ja auch in der rechten Innenverteidigung habe ich ja noch diesen rechten Verteidiger. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, ihr braucht, wie gesagt, vier Kartentypen und einfach nur elf Valencia-Spieler. Ja, das war es schon mal für Valencia. Jetzt kommen wir zum FC Barcelona. Ja, und das könnte ein bisschen kostenspieliger sein, außer ihr habt natürlich viele von diesen 88er-Tokens oder wie diese Scheiße auch immer heißt. Da könnt ihr die eigentlich einlösen und dann irgendwelche Spieler damit holen. Und wenn ihr zum Beispiel ein P3 oder so habt, dann holt ihr euch ein P3 ganz kurz. Dann geht ihr ein Papier drauf und dann könnt ihr hier irgendjemanden holen. Das habe ich immer gemacht. Und ja, ich meine, es gibt die falsche SPC-Beste. So, wie gesagt, ihr braucht hier auf jeden Fall elf Barca-Spieler, acht Kartentypen und eine 86er-Bewertung. Ich habe jetzt eine 88, weil ja, wie gesagt, so viele verschiedene Kartentypen, das war nicht so wirklich einfach. Aber naja, egal. So, dann kommen wir als nächstes zu Atletico Madrid. Das ist eigentlich ein bisschen wieder leichter. Ihr braucht eine 83er-Bewertung, zwei Special-Karten und elf Spieler von Atletico. Ich habe hier, naja, ihr seht es ja drei Special-Karten drin. Ja, so könnt ihr es machen. Ihr könnt natürlich auch Oblak verwenden oder so, wenn ihr den habt. Aber ich habe es jetzt so gemacht. Weil wegen Einspieler oder so, da bekommt man trotzdem die komplette Chemie hin. Von dem her, ja, easy eigentlich. Gut, dann gehen wir als nächstes nach New York. Ihr braucht drei New York-Spieler und elf von der MLS und elf verschiedenen Nationen. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr nicht die gleiche Nation nehmt. Ich habe es jetzt so gebaut. Also hier diesen Johnson, dann diesen Collins und Wizard Morales von New York City genommen. Und den Rest einfach so, ja, einfach eingefügt. So, dann haben wir Japan. Der war ja auch in der japanischen Liga. Ihr braucht neun Japaner, wieder vier verschiedene Kartentypen. Und dieses Mal müsst ihr aufpassen, dass ihr bei jedem Spieler mindestens neun Chemie habt. Also ich habe es jetzt so gemacht. Ja, die ganzen Japaner. Ihr seht es ja, baut es einfach nach. Ich kenne mal irgendwas. Ihr könnt es ja einfach nachbauen. Was labere ich eigentlich? Ja, moin. Baut es einfach nach und schon habt ihr das. Drei Copper del Rey. Da habe ich, wie ihr es schon seht, Brutageno reingeschmissen. Denn, wie gesagt, wie es hier auch steht, elf Spanien braucht ihr, elf Klubs, elf Ligen. Und ja, das war es eigentlich schon wieder. Baut es einfach nach. So, dann drei La Liga-Titel. Ihr braucht elf La Liga-Spieler, sieben Klubs, dann eine 87er-Rating und drei Special-Karten. Ich habe jetzt ein paar mehr genommen, weil dann das Rating bei mir nicht so wirklich funktioniert hat. Und deswegen habe ich ein paar mehr Special-Karten genommen, als die eigentlich angefeuert sind. Ihr könnt es, wie gesagt, nachbauen. Ihr könnt aber auch, vielleicht habt ihr bessere Spieler wie zum Beispiel Nalaba oder was weiß ich. I don't know. Aber so habe es ich jetzt erstmal gebaut. Ja, baut es einfach nach. So, dann haben wir das Debüt in der Champions League. Ihr braucht einen Salzburg-Spieler, einen Roma-Spieler. Dann braucht ihr einen Shakhtar Donetsk-Spieler, einen Inter-Spieler, einen Chelsea-Spieler. Sieben Nationen, sieben Kart-Typen und eine 83er-Bewertung. Ja, ihr seht es ja hier, baut es wieder nach und so schafft ihr das auch. Ihr könnt natürlich auch bei Thiago Silva zum Beispiel, da hätte ich die Auswahl gehabt zwischen diesen 88er und 85er. Ihr könnt auch den 88er nehmen. Das ist dann kein Problem oder so. Oder vielleicht auch bei Bastoni könnt ihr auch, wenn ihr zum Beispiel Bastoni, den 86er habt. Ich glaube, nee Quatsch, das ist ja die Dings, diese Centurions-Karte. Das geht nicht, das habe ich mir gerade verwechselt. Schade Marmelade. Egal. Ja, wie gesagt, einfach nachbauen. Dann UCL-Titel. Ihr braucht, jetzt kann ich es eigentlich drauf sprechen. Kopenhagen. 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 Null. Digga, ihr Beste, wie das hier steht, irre. Ihr braucht einen Kopenhagen-Spieler, dann ein Pantinatikos. Digga, weiß ich diesen Namen ausgedacht habe. Dann braucht ihr einen Arsenal-Spieler, einen Realspieler, einen Manu-Spieler, sieben Nationen und sieben K-Typen und eine 84er-Bewertung. Ja, wie gesagt, baust ihr einfach nach und ja, dann habt ihr das auch schon instant so fertig. So, dann kommen wir zu MLS. Hier braucht ihr einfach elf MLS-Spieler, neun verschiedene K-Typen und das war es dann eigentlich schon. Baut das hier wieder nach und ja. Digga. Also, wie oft ich jetzt in diesem Video sage, baut das einfach nach. Moin. Dann haben wir Euro-Champion. Da braucht ihr drei Griechen, zwei Schweden, drei Italiener, drei Deutsche, fünf Ligen, zehn Clubs. Und ihr dürft keine Icon oder so verwenden. Ja, Wiener nachbauen, ihr seht es hier. Und ja, dann kommen wir zum nächsten. Was haben wir, wie viel haben wir denn noch? Achso, wir sind gleich durch Lul. World Cup-Winner. Ihr braucht hier einen Chilenen, einen Portugiesen, einen Paraguay-Spieler, einen Deutschen, einen Niederländer, fünf Ligen, sieben K-Typen. Und ihr braucht hier unbedingt einen Fernando Torres. Egal wer, ich habe jetzt zum Beispiel den Prime gehabt, ihr könnt aber auch den mittleren Torres nehmen oder auch den Prime. Oder vielleicht, ich weiß nicht, sind die jetzt im Spiel? Eigentlich schon, ne? Ihr könnt auch, ja sicher, ihr könnt auch den 94er oder den 86er nehmen. Ist eigentlich ganz wurscht. Ja. Und ich habe es hier einfach so gebaut, baut es wieder nach. Und ja, übrigens im Tor, glaube ich, gibt es noch einen anderen Chilenen, glaube ich, der 72er ist von der Carnival, lieber der Doris. Ihr könnt natürlich auch den nehmen, von dem her, easy. So, dann haben wir noch drei Spaniens Top-Scorer. Da braucht ihr einen Dänen, einen Schotten, einen Tschechen, einen Slowakei-Spieler, einen Bosnier, einen Belgier und einen Franzosen. Dann haben wir noch drei Ligen, neun Nationen, neun Clubs. Ihr dürft keine Icon verwenden. Und ja, ihr seht hier einmal, wie ich das gebaut habe. Vielleicht geht es auch anders noch, aber ich habe es einfach mal so gebaut. Baut es einfach nach und dann werdet ihr nichts falsch machen. So, dann kommen wir zum Madfood-Icon und das wird ein bisschen schwieriger für euch wahrscheinlich. Außer, aber ich zeige euch dann noch, wie ihr eigentlich das Easy vielleicht noch hinbekommt, falls ihr kein Via habt. Denn ihr braucht unbedingt eine David-Via-Karte, entweder den 90er oder den 94er. Ich habe zum Glück Packlack gehabt und zweimal den 94er gezogen. Ja, falls ihr das nicht machen könnt, beziehungsweise falls ihr überhaupt kein David-Via zieht, dann rate ich euch, macht hier bei diesem Cup hier einfach mit. Zum Beispiel hier da, bei diesem Madfood-Token-Cup. Dabei kommt ihr am Ende, wenn ihr alles gewinnt, einen Token und dann könnt ihr euch David-Via einfach rauspicken. Von dem her, ja, ist das glaube ich die einfachste Lösung hier. Falls ihr überhaupt kein David-Via habt und ja. Und dann kommen wir zur letzten SBC, Via Hybrid. Ihr braucht einen Spanier, ihr braucht einen Real-Sporting-Spieler, einen Valencia-Spieler, einen Barca-Spieler, einen Atletico-Spieler. Sechs Ligen, sieben Nationen und ja, neun K-Typen und wieder keine Icon verwenden, klar. Ja, ich habe es so gebaut hier mit Lewandowski und so, Abbe, De Jong, Limar, Muscha, Laporte, Ramos, Molina, Cote, Batra und Adern. Ja, baut es wieder einfach nach und dann seid ihr eigentlich schon fertig. Und somit habt ihr den guten David-Via dann in eurem Verein. Ihr seht es ja hier. Ich habe ihn auch schon. Und ja, wie gesagt, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt von Lösungen von mir, dann wie gesagt, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Abonniert diesen Kanal. Wie gesagt, 80% der Leute haben den Kanal noch nicht abonniert. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video haut sie rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagnachmittag und wir hören uns. Ciao, ciao.